Der Heißluftofen verfügt im hinteren Bereich über ein Heizelement und einen Ventilator. Beide sorgen für eine rasche und gleichmässige Erhitzung des Innenraums. Zuerst wird die Ofenfunktion und die Temperatur eingestellt. Und dann verteilen Heizelement und Ventilator die Wärme gleichmässig im Ofen. Damit in allen Bereichen dieselbe Temperatur herrscht. Diese Funktion eignet sich daher besonders gut für das gleichzeitige Zubereiten mehrerer Speisen auf allen Rosten, etwa mehrere Brote, Kuchen oder Pizzen.